Ja, jeder macht das Gebiet, wo er gespawnt. Du wahrscheinlich bei Cesar. Weil es immer so ist, dass ich bei Pirates bin. Du musst im Grunde vor allem in dem Bereich, wo du jetzt bist, schauen, dass keiner durchkommt. Das ist schon die halbe Mitte. Das ist einfach die beste Position für mich. Also da wo ich bin darf keiner durchkommen. Ja genau. Da ist Pirates drin, oder? Ja. Ja genau. Das mit dem großen Aquarium. Wo jeder sagt Aquarius. Dann haben wir wieder mal ein speziales Ballfinder. Ich höre was. Da kommt bestimmt gleich bei mir einer raus, der vergiftet ist. Da wollen wir mal ein bisschen warnen. Okay, bei mir drinnen. Ja. Bei mir sind zwei, glaube ich. Soll ich jetzt hier wegkommen, oder geht's? Ja. Also einer ist jetzt einmal da, der rennt jetzt draußen rum. Den kannst du ja von ihm. Muss halt außen. Wer ist das? Bei dir? Glaube ich. Ja, Tech Room. Ach, die haben Tech Room gemacht. Ja okay, beide. Tech Room rein. Ah, Tech Room. Nein, 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 nein. Ist zu weit weg für dich. Da bin ich ja noch angehasen. Okay, hab's. Passt. Oder ist einer in der Mitte? Glaube ich. Der hofft mich gerade angehasen. Das ganze ist hier schon. Ja, das ist mein Bereich. Wo bin ich jetzt? Aber ich bin jetzt falsch. Jetzt bist du. Jetzt bist du. Jetzt bist du in die andere Richtung und schaust, ob er außen rein. Wird er wahrscheinlich machen. Da ist er noch vor mir. Bring dich mal schlafen. Ja, das ist ein gutes Gasmasch. Ich mach dich mal noch nicht. Du kannst hier noch gar nicht mehr schlafen. Ja, das reicht im Grunde, wie er zu dem Kosten hinkommt, auch. Das ist vielleicht der da zum Turbo. Ja, okay, dann... Habe ich da einen getötet? Ja. Und der hat's gedroppt. Und Pirates hockt noch einer. Äh... Ah, da liegt's, glaube ich. Tag Room. Tag Room. Da sind so Türen. Ja, genau. Dann wird der jetzt gehackt. Ja, der ist eben nur eine Bombe. Du musst halt schauen, am besten Licht an. Und schauen. Und an die ganzen roten Dinge. Da rennt einer rum, pass auf, ich hab's. Was ist das? Ne, das war's du. Ich hab nix. Hä? Ne, ich hab dich gesehen und hab gedacht, dass es ein Gegner ist. So. Okay, geh mal du wieder, äh... Ich geh wieder meinen passen. Aquarius. Rick, Tempfer, alles gezessen. Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen. Sonst geh ins Camlet rein. Da ist er. Da ist er. Tag Room oben. Da geht er schon mal hin. Weil der andere war ja jetzt tot. Wenn das der alte Kaus war, dann ist der andere jetzt... Da ist er? Äh, geh mal. Ja. Ja, nix links hinten. Der ist da raus. Da war. Da raus. Da ist ihm weg. Glaub ich. Glaub ich. Das Camlet ist doch ganz toll. Ich denk, der kommt, äh, geht jetzt wieder Pirates. Äh, ein Prozessor ist ja nicht hin. Hab ich mir. Ja. Der Geek-Tempel. Ja. Aber ich will schon eigentlich eh in die Mine reinhauen. Ja. Dass ich ganz zurück hätte. Das war noch die erste. Aber das Camlet ist ja schon irgendwann. Auch. Ja. Wenn du jetzt irgendwo mal Licht siehst, dann bin ich... Das finde ich... Bin er nicht. Der... Der... Der Camlet rumläuft. Hallo. Wegflogen wieder. Da ist er. Der ist mir direkt über die Flinte gelaufen. Ach so. Ihn schon. Aber seine Bombe habe ich auch. Fast, weil er ist. Naja, niemand kennt er. Weißt er sofort wo sie sind. Ich vermute mal... Es wird Pirates gehen. Oh, das sehe ich ja hier. Ich stehe ja quasi davor. Ich stehe nicht. Tag Blum. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder ist das... Komm. Aua. Hüttermeesern. Ich... Ich will gerade in den Tech-Pro rein gehen. Security-Fail. Okay, rein geht's. Das ist er glaube ich. Gut, das war die zweite Mine. Jetzt bist du. Hier oben war es über den Tech-Pro, aber das kann mir ein Spawn-Fund sein. Und der ist ein Scherz. Ach. Noch war's nicht. Hier oben steht. Aber das war meine Mine. Wo waren wir jetzt? Ääääh. Kannst du denn hier her schauen? Ich hab jetzt einen vergiftet aus, ich weiß wo er ist. Ist er hier oder hier? Oder ist er auf mich nach außen? Er ist tot. Ich hab eine Karte und bloß einen Chef. Habe ich einen getipptet? Ja, den Stammtarten. Ok, ich hab bloß einen roten Fadenfass gehabt. Ich darf jetzt einfach hier stehen, weil es bestimmt keiner runterkommt. Oder geht in die Tech-Room und bleibe ich einfach hier stehen und mach ihm Angst. Aber ich stehe halt einfach hier. Und das sieht er nicht direkt. Aber ich... im Cam nicht irgendwer. Ja, dann schauen wir mal ob der in Tech-Room ist. Tech-Room und Tech-Room. Alarm. Brick-Temp, oh fuck. So ist er 8, 7, 6. Schaffe ich, schaffe ich das, schaffe ich das. Ne, schaffe ich nicht das. Hast du im Gas gekommen? Es sind 2 in Brick-Temp, also kannst du ruhig über die niedrige Verbindung kommen. Was ist die niedrige Verbindung? Da oben so? Ja. Tech-Room. Tech-Room. Von dahin wo Tech-Room? Da vorne, rechts, rechts, rechts. Was ist da? Ja, da vorne geht's auch rein. Da geht's auch rein? Ja. Gehst du rein und ich schau, ob er jetzt Pirates macht. Das ist gar nicht mehr irgendwie schon. Da liegt's. Oh. Ja, passt, passt. Das war die Ganate. Die Ganate hat's. Da sind wir eigentlich beide Tech-Room. Ne, einer ist bei mir. Ha, Fernschuss mit der Schrot. Da ist ja halt was durch die kurze Kurve-Temp drauf. Ja, hier, da unten. Pass auf die Kurve-Temp die Kurve-Temp-Alleber-Filfe er macht. Ja, das ist genau die falsche Richtung. Ich wünsche auch einen richtigen Weg. Also da oben ist einer. Schau mal du. Und ich schütt Pirates. Hier ist irgendwo eine... Ja, das ist da die Verbindung zwischen Pirates und Cesar. Ok, da ist eine... Pirates ist eine Erlangtsnale, würde ich mal sagen. Ne, da ist ein Gegner. Ja. Oben war einer. Ja, ich hab ihn unten. Getroffen. Du kommst nicht vorbei. Vielleicht gibt's Assistance. Und unten ist er. Ja, das warst du. Ja, das ist hart. Ok. Ich geh über Seaside. Ja. Ja. Sehr gut. Oh, fuck. Die haben uns aber ganz schön angeketzt. Weil jetzt können wir das... 10 Cent wert. Hier schon. Woanders. Ja, ok. Also... Hier bin sie es wirklich. Im Clubhaus ist scheiße. Im Ding ist zum Beispiel auch, im Factory. Factory? Ich bin schon dabei. Oder... Ist schon fertig. Wirst du bei A anfangen oder was? Ja, ich hab jetzt einfach mal von A bis irgendwas gemacht. Ich bin jetzt Herrn... Vielen Dank.